Also, fang an, ich bin bereit. Ey, Can, dein Penis ist gülden. Ich bin bereit. Ja, ich auch. Wegen mir können wir anfangen. Ich bin bereit, ich bin bereit. Nein, Moment, ich bin doch nicht bereit. Moment, ich bin doch nicht bereit. Ich bin doch nicht bereit, ich bin doch nicht bereit. Jetzt bin ich bereit. Nee, Moment, jetzt. Moment, das noch weg. Boah, Alter. Dann stellen wir uns hier so drüber. Und dann stelle ich mich hier so. Warte, da ist Niko, okay. Ich bin dafür, dass Niko eigentlich in der Mitte stehen müsste. Es ist scheißegal, Alter. Okay, dann los. Bereit? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Season-Folge von uns. Season 2. Und ja, ich würde sagen, wir stellen aber mal noch zum schönen Ende Julian vor, der gerade keine Ahnung was macht. Da hinten. Mach deinen coolsten Dance ever. Und wir stellen euch aber mal alles, was gebaut wurde, vor. Und ja, ganz am Ende sprengen wir natürlich aus... Niko, Niko, ich hab was Schönes für dich. Traditioneller Minecraft-Lust. Goldner Penis. Lust, alles in die Luft. Ja, 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 ja. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Also wir haben in Nils Haus. Es wurde ein wenig aus Langeln gehoben. Aus solidem Fels mit allem O2. Ich würde sagen, jeder stellt dann sonst seinen Rest vor. Alex? Ich würde sagen, wir gehen zu deinem Haus. ist mein halbes durch bestimmte Fehler und Bugs und Glitches und was hab ich mit einem Chunk-Fehler hatten wir Chunk-Fehler, ja, ist nur die Hälfte, aber insgesamt hier war Feuer ich guck's mir mal an von innen, wa? Jaja, die Hälfte ist sowieso alles parallel gebaut gewesen, heißt ihr seht eh genau die Hälfte und der andere Hälfte somit auch, nur gespiegelt Na gut, unten ist eh nichts und da unten geht's dann weiter runter zu meiner Brücke die hat gedauert zu bearbeiten und wurde dann verschandelt sie hat gedauert hier ist eine kleine Abzeigung, da unten findet man nämlich mein altes Haus, meine Mine wer das hier angucken will, kann gucken schwul die Brücke geht weiter, da unten sieht man dann ehemaliges Haus von Nico Nils hatte nie wirklich ein Haus, aber er entblieben hat dann hat man Peppys ehemaliges Haus, wurde ummodelliert zur Schaffarm das hier ist mein Haus und hier ist Peppys Schaffarm weil er war der Wind Ja, ich war halt nicht grad neben dran bei dir nochmal ein wenig, teile weiter die Brücke hier geht's übrigens einmal ganz durch Hä, Nego, ich versteh nicht, wo sind da Schafe? Das sind Schafe Sag mir, wo da Schafe sind Du, wirst du es mir sagen Ich versteh's nicht Ja, da sind doch ein paar Schafe da Also, hier geht's einmal durch den Berg durch, da hat Alex Langeweile gehabt Ja, nee, da würden wir einfach leichter hinkommen zu allem Ja Und nicht immer wieder durch die Monster herordentlich schnitzeln muss Dann würde ich mal kurz den Monster Spawner auch schnell zeigen Monster Spawner Monster Spawner Ja, wir haben Monster Spawner Wart mal kurz Im Untergrund, da ist es Nein, Nego, ich wollte die ganze Zeit vor dir herlaufen Hm, ist das blöd, ne? Ah, aber hier Monster Spawner Ja Haben wir die Schwierigkeit auch grad geändert Ah Man hätte mich nicht spawnen müssen Nein, sorry, das war der Fall zu überführen Kann mich einer teleporten? Danke Ach, Alex, ist das jetzt dein Ernst? Hätte das jetzt wirklich sein müssen? Ja Lass mal Mobs Spawner Was hast du denn gemacht? Übertrieben Du wirst doch gleich sehen, wenn du nach unten gehst, Nego Ich bin auf dem Weg nach unten Ich wäre übertrieben Oh, das ist einer, wo du keine Experience bekommst Klar Ja, doch Da ist ein Huhn drinne Wieso ist da ein Huhn drinne? Ja Also, äh, gehen wir wieder hoch Die hippen Kids Hippencats Hippencats Hippocrites 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 I can fly Hippocrites, ja Vegeta I can fly Hm Es ist okay, da war Es ist okay Pink fluffy unicorns dancing on rain Pink fluffy unicorns dancing on rain Rainbows Als weiter höher auf die Insel, die leider nicht fertiggestellt wurde, weil wir zu faul waren Ich doch keinen Bock mehr hat Ah Und ich keinen Bock mehr hat Du krieg doch wenigstens den regulären Weg hoch Ja Macht Danke Lol Ach, der ist zu Okay Offen Tschüss Dann nehmen wir den regulären Weg So ist gut Der reguläre Weg ist ein wenig gehändig Ja, ein bisschen Aber kein Problem für mich Das ist die beste Brüderfarbe der Welt So, das hier werden wir nachher alles in die Luft sprengen, hab ich gehört Ja, danach am Ende halt Oh mein Gott, ich bin hier drüber fahren, tötet mich Ist hier irgendwo ein Feuer oder sowas? Ne, eigentlich nicht Hühnchen What? What the fuck? Alter What the fuck? Felix Hat mal wer Feuer? Hä? Hä? Bei mir lädt das halt alles noch Hat mal kurz Bei mir ist das halt nur hier in der Mitte Ich hab Redstone Fackel Ich hab Redstone Fackel Ich reconnecte mal kurz Ich zück den ganzen Scheiß Nein Was tut ihr? Ich war das nicht, du Vollidiot Oh, Alex, ey Ich find die Insel gleich viel schöner als sie vorher war Oh, dieses Stückchen überall So luftig Das ist volles Jump'n'Runch grad her Mensch, Alex Oh, Alex, ey Oh man, Alex Immer musst du alles kaputt machen Aber ein bisschen was fehlt schon wie noch Ich glaub ich kurz Ich kurz mal ein bisschen Pufferfisch auf den Boden Fing fluffy Unicorns They sing on rainbows Fing fluffy Unicorns They sing on my Poe Geht doch nach Hause Na gut, wollen wir die Brücke und Nils Haus ein wenig Dann spreng gleich mal alles Oh, oh, warte Leute Alex Haus Leute, kommt ihr alle zu Alex Haus? Die restliche Hälfte Komm Spreng die restliche Hälfte Fing fluffy Unicorns They sing on rainbows Fing fluffy Unicorns They sing on my penis Da brennt was Da brennt was Da brennt was Oh, nee Oh, man Es lag ein wenig Es ist wunderschön Mit F... Mit F3A könnt ihr, äh... Reloaden Leute Haben wir hier einen kleinen Junk-Fehler? Ja, einen Dezenten F3A? Was? Ja, mit F3A könnt ihr reloaden Ja, das ist ein dezenter Fehler Hm, hm, hm Ich würde sagen, jetzt ist Nils Haus dran Ich tu schon mal ein bisschen TNT Pflanz bei mir Warte, warte, ich hab da was Machen wir das ganze Holz Machen wir das ganze Holz Wuii Das ist viel besser was Ja, zum Beispiel Ich place ein bisschen TNT Den da Fällt sich ja auf Alex, dein Handy Schön, gell? Nein, meins ist weit weg Meins ist weit weg Obwohl... Jetzt ist es weit genug weg Die Magma Cubes Scheiße WTF Alter, wie viel ist das? Wie viel ist das? Es war eine Schicht am Boden Ah, die Brücke ist mitgekommen Anscheinend Mach mal nochmal eine Schicht Ja, die Brücke! Warte, ich mach mehr Ja Wuii Aber ganz langsam Genüsslich eben Ja Guck mal, größte Sprennung Pass auf Sprennung Sprennung So muss das gehen Nach und nach Langsam Chillig Jo, Bitch Sanft Genüsslich Reinigen Fließend Mit Magmas lang Das ist total Seht ihr? Das ist konstruktive Zerstörung Das ist Voll Geil Aha Deswegen spawn ich jetzt gleich Squids WTF, hier liegt doch sau viel Die Magma slams Was seid denn ihr? WTF Alter Felix Alter Ich bin auch mit drin Ich stehe mit drin Ich stehe mit drin Voll weg Party up in here Ich will Squids spawnen Hm, es explodiert immer noch Du kannst squirten, aber sonst nix Jemand Explosions baden mit mir? Ah, vorbei Also ich habe mehrfach alles lustig, das ist schön Pass auf Nils Äh, nicht Nils Pass auf Niko Niko, komm her Niko, komm her Wo bist du? Port mich zu dir Wo ist unten? Größte Explosion ever Brennende Squids Ist das nicht schön? Oh Tiberius, ernsthaft? Oh, Jan das war schön Das wollen wir machen Guck mal hinter dir Ich würde das Feuer dann Oh neee Ich will nicht Ich würde das Feuer dann wieder ausmachen Habs ausgemacht Drei, zwei Nein, nein So nicht Jan fliegt gleich Hui Aber jetzt Wohooo Explosions baden Oh mein Gott Oh mein Gott Wer stellt sich mit mir rein? Ja, go go Oh, leck Jetzt läuft es Jetzt läuft es Oh, der leck Die ist ja leck Die ist ja leck Alter, ich habe auch die Alter, ich habe ja ein Standbild Ja, ich habe auch ein Standbild Oh, dieser leck Ich auch Bei mir läuft es noch Läuft flüssig Und ich steh mittendrin Aha, läuft noch Ich komm raus Ich komm raus Bin draußen Ich hab ein, zwei Bilderchen Weniger als normal Ich hab auch grad ein, zwei Bilderchen Ich seh euch Ich seh euch Komm raus Alter, es explodiert halt immer noch, wa? Schade, bei mir keine Explosion Jetzt endlich gehts los What? Wiiiiiii Alter Du bist mehr als nur leck Ähm Ihr vergesst, wir müssen noch zu Tiberius und Sunny, unseren Leuten Wiiiiiii Ja, stimmt Ja, stimmt Und zu Flecky wissen wir auch noch Ist noch nicht fertig Es explodiert immer noch Wiiiiiii Es hört auf und dann fängt es wieder an, weißt? Voll cool, das ist so in den Schritten Ja, irgendwie schon Oh, wir müssen noch Und? Wir müssen noch den Ender Dragon töten Weiter gehts Stimmt, wir müssen den Ender Dragon noch töten Am Ende machen wir noch einen Ender Dragon Oh mein Gott Oh, nice Ich fliege Wetter, es gibt noch eine Runde Ähm Ja, noch eine Runde Explosion Alter Ich guck mal Ich kann grad nicht mehr drauf connecten Leute, ich kann nicht mehr drauf connecten Ich ja auch nicht Bei mir läufts Ich guck's mir grad von oben an und es läuft flüssig Wiiiii Es explodiert immer noch Äh, übertreibt mal nicht so, der Server kann noch abschmieren, ne? Ja, der Server schmiert wirklich grad ab Immer mit der Ruhe gleich ist es fertig Ich seh kaum noch TNT in der, in der Luft Und am Boden Ich seh gar kein TNT mehr, aber es explodiert Oh, es hat aufzuruckeln Es hat aufzuruckeln Es hat aufzuruckeln So, das müsste theoretisch die letzte Explosion sein, weil ich kein TNT mehr sehe Also bei mir ist alles noch am explodieren, merkwürdigerweise Ja, bei mir auch Aber wie gesagt, ähm Okay, ist fertig glaub ich Oh, das ist die längste Explosion, die hört ja gar nicht mehr auf So, jetzt ist... Ah Oh! Es geht doch noch weiter Interessant Ich kann nicht drauf joinen, ne? Ich auch nicht mehr Ich auch nicht mehr Leute, lass mal die Explosion kurz Also, wenn sie halt aufgehört haben Hat's aufgehört? Ne Ne Boah, ey Ich kann nicht drauf joinen Was sagt der Server euch? Also Kann nicht connecten Ja Aber ey, wir tomen uns jetzt hier schon voll aus Boah, Felix, hör mal auf damit, oder? Ach so Ich zünde keine mehr, das sind die Nachexplosionen Der Server versucht gerade sämtliche Explosionen hier zu simulieren Okay, ich glaube er hat's nicht geschafft Also Leute Wenn ihr mal richtig hart Stuhlgang habt, ne? Dann kommt sowas What the fuck Da feiert Da hast du da auch ein riesiges Loch danach Guck dir mal das Loch an Tiberius start mal den Server neu Ne, ne Das geht schon gleich wieder Du kannst ja bloß aus den Chunks raus bewegen Ja, machen wir mal heraus Ich bleib hier Ich schau mal das an bis zum Schluss Alexander Alex Alex, hör auf TNT zu platzieren Es funktioniert nicht mal Ah, jetzt dann Hör trotzdem Ich kann eh nicht so viel platzieren wie hier Hör auf zu platzieren Das Wir müssen gucken, dass es wieder läuft Ich hab's nicht aufgehört Ich wollte nur das Oh, ich hab einen Gasblock Äh, Julian Ja Sagst du, wenn du Shadfender wieder drauf joinen kannst Ich wollte gerade sagen, machst du doch Okay Also es explodiert immer noch Ja Bei mir fällt TNT vom Himmel runter Ja Bei mir fliegt es eigentlich nicht Boah, Alex hör mal auf damit Ich hab schon jetzt aufgehört, ich platziere nichts für ihr Spaß Oh Alex, jetzt hör doch mal auf damit Wiii Ich geh schon zu Blackie Wiii Man kann joinen Ah, ist wieder da Nein Okay Wiii Und äh... Explodieren immer noch Ja, ist voll cool, gell Bei mir nicht Bei mir nicht Weil dann... Siehst du mich überhaupt Julian, ich kann... ich kann nicht drauf schauen Ein Frame Ah, schade Julian... Julian, ich kann nicht drauf schauen Ich glaube du bist auch wieder geflogen Doch jetzt Ich geh Diamanten farmen Alter, bei mir... Bei mir fliegt die ganze Zeit was durch die Luft Ja Ich glaub der Server hängt sich mittlerweile ein bisschen auf Ich sollte eventuell die Render-Distanz runterladen Stellt um 16 Chunks Ich geh die Diamanten farmen Boah, mit Shader sieht das so realistisch aus Was ich sehe, es springt immer weiter Ähm, vor allen Dingen dieser, dieser Wasserbereich Der wird jetzt erst so richtig simuliert So, ist es fertig Kann sein, dass es jetzt aufgehört wird Ja, ist es fertig Ja, Leute, ich muss zu sagen Ich hatte nen Renderbereich von 16 Chunks eingestellt Ja Hatte ich auch Meiner ist auf 11 oder so, damit die Aufnahme noch läuft Meiner ist auf alles was geht Also das Meer, das Meer mündet jetzt hier rein, ne Nur so als Info Ja, und ein neues Meer geschaffen Oh! Eine Höhle Es leeebt Also bei mir läuft alles Bei mir... Jetzt hat er auch Aufgabe zu explodieren Auch wieder mit 40 Frames plus Shader Also, ich würde sagen Wir vergewaltigen noch ein wenig die Schafe Die haben sogar... Die Schafe sind nicht mal eine tot Es leben noch welche Tote Minderjährige Schafe Tote Minderwertige Schafe Minderjährige Minderjährige Minderwertige Schafe Was? Ich lehme eine minderwertige Schafe Alter, wie schnell das explodiert ist Oh mein Häuschen Can, komm mal kurz in mein Häuschen rein Ne, noch nicht, noch nicht sprengen Wir machen das alles so voll wie möglich, dass wir so richtig eingeengt sind Okay Das war erstmal so geil die... Alex Alex, nicht Alex Alex, Mann! Weil ich... Da oben hat's gebrennt, ihr Vollidioten Ich muss gar nichts machen Oder wirst du ein dummer Messgewollt bist, mein Spaß Ich geh jetzt mal ganz kurz zu Kali, Kubi und mir, ne? Ja, lass uns mal zu denen laufen Ja lass uns... Wo geht's da lang? Ich flieg... Ich flieg gerade hin, ich te... Oder teleportiert euch dann einfach zu mir Can hinterher Wir folgen dir einfach Alter, das... das sieht aber voll geil aus Das Meer, das da hinten... Einfach da... dann so... die Abgrenzung halt, ne? Oh, die feuchte... die feuchte Brücke ist doch hier irgendwo Hier, feuchte Brücke Das war's, das war der fucking Name Ja Ich hab offizielles Wasser getrennt, was ekelhaft ist Bang, Fluffy, Unicorns Dancing on Rainbows Bang, Fluffy, Unicorns Ich versteh immer noch nicht, welche Sau das Schild unbedingt abreißen musste Ich meine, das war originelle Namensgebung Gute Frage Es war so schön feuchte Brücke Die hast du so genannt Ich brauch dir die Schilder Brauch dir das Geld Ja, ich weiß Aber wer hat's entfernt, das ist die Frage Ich! Why? Bitch Warum hast du's entfernt, Alter? Sag mal, Blacky, steht unser alter Monster Spawner noch? Bestimmt, ja Ich bin vorher dran vorbeigeflogen Ja, der steht noch Jawoll, Mann Wiii Gebaut für die Ewigkeit Oh, 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 warte, warte Jan, Jan, komm her Jan, Jan, komm her Ah, so, da ist er Jan, Jan, komm mal kurz zu mir Komm mal kurz zu mir Da ist er, wollen wir Halt, bevor der gesprengt wird werde ich noch meinen Pufferfisch verteilen, ok? Leute, Leute, kommt mal alle kurz mal her Es wurde, es wurde, warte, Jan, warte Ach, Mann, das Schild, Alter Ihhh, Pufferfisch Das wird niemals irgendjemand erfahren Ja, Alex und mich haben die Diamanten geklaut und haben mir Schild dahin gelegt und die Diamanten in ein Felix altes Haus gesetzt Äh, irgendwie 50 Stück oder so Aha Pufferfisch TNT So, jetzt bin ich derjenige Warte mal Jetzt bin ich der Oder warte, 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 warte Warte, warte Ähm, ich bin gleich fertig Warte, 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 warte Ich spüle grad die Mitte aus Tiberius Kannst du Kannst du diesen Cobblestone hier mit TNT Also diese ganzen Cobblestone-Slaps hier mit TNT machen? Mh Warte, lass mal, 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 bitte Und den Zaun am besten auch noch und die Erde darunter auch noch Müsste gehen Also die ganzen Cobblestone, die hier sind, mit TNT machen Die ganzen Cobblestone Warte, wo bist du? Ich seh, ach, da bist du Hier Das wäre ein Kunstwerk an Explosionen Das möchte ich dann aber gerne selber anzünden, bitte Ähm Das ist mein Monster-Spawner Ach, nee, den darfst du anzünden Übrigens, ist unten ne Kanone, aber okay Ähm, Leute Check, Flecky Flieg mal von oben aus rein Tiberius hast du? Noch nicht Ähm, noch nicht, warte Ich tue grad noch den Schaft bearbeiten Was ist Schaft? Den Schaft hab für den innen bearbeitet Ja, ich will den aber auch mal außen haben Was ist, äh, Stone Slap für ne ID? Weiß ich nicht Jetzt geh mal googlen Ja, okay, ich google mal kurz Wenn ich's außen hab, dann fliegt's besser, weißt's Wieso seh ich immer nur, dass ich TNT platz, aber niemand anderes sonst Sonst Wo das sich nichts angeht, wer sonst TNT platziert Ich seh's bei allen und das ist echt nervig grade Genau Ähm, ID 44, glaub ich Städter Ja 44 Hm, interessante Nummer 44 Doppelpunkt rein, musst du machen Ich wette, so wie ich den gebaut hab, fliegt das TNT bis zu den anderen Häusern So, warte Wiii Wieso ein Launchpad für TNT ist das hier Ey, Blacky, komm mal oben hin Ja, gleich Noch am arbeiten Ah, okay Hübsch Hübsch job Schön, ne? Was war das? Oh mein Gott, er baut nen TNT Penis Da, da, da Das ist keine künstlerische Leistung Du musst schon ne TNT Vagina bauen Oh, Can, jetzt hab ich's aber nicht gesehen wohl was da sagt man sagt mal wenn ihr irgendwas sprengt ich will das schon sehen noch wird nichts gesprengt der ursprüngliche mob-spawner geht gleich in die luft warte 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 okay okay ja kannst du eins direkt ins wasser legen ich bin so verleiht es einfach direkt gleich in redstone buckle zu setzen mache ich dann sage ich der und nein nicht die kühe und ich sterbe am fall schaden das ist ein mob-spawner meine wolf damit wir euch töten man kann keine wölfe spawnen und dass es eine nachricht gibt we need more leute kommt mal ganz kurz zu der brücke ne noch nicht zu der legendären brücke jun kommt zum monster-spawner genau kommt zum monster-spawner nicht die wölfe meine wolfsarmee meine brüder leute ich habe gerade den kompletten strip mein gang bis unten hin mit tnt gefüllt lall es gibt aber eine kettenreaktion zurück zum oben zum mob-spawner ich weiß ich bin noch nicht bei lava angelangt ich mach's auch nicht bis zur lava apropos mob-spawner ich kann meinen nicht setzen ich würde auch gerne mob-spawner jetzt komm ich nicht mehr raus neko kannst du mich mal teleportieren jo wann sprengen wir noch nicht jetzt sag uns mal wir haben's gleich los meine wolfsarmee wann darf ich hier oben anzünden ja ich vermute mal das reicht größer als du gar nicht ich werde anzünden ja da würde ich mich beeilen klecki sag dann bescheid ne sieht sehr gefährlich aus bisschen höher noch das ist der kampf wolfs bohren dings wer ist heute ich helfe dir mit wölfen und kühlen und slime und villagern und tnt mir passt jetzt auch villager Achtung stellung blacky blacky hier oben blacky hier oben ja was hier oben soll ich da oben anzünden aber das dauert auch viel zu lang bis das ankommt ist doch egal ist doch egal ach na gut ausnahmsweise zünd hier oben an ok alle in feuerwerks feuerwerkstimmung moment noch nicht bin da ja ich hab die feuerwerksmusik noch nicht eingeschaltet aber mach mal zünd ich hab grad mal die ghasts gekillt ne 3 noch nicht nein ok nein aber ich muss auch wolken ausmachen muss die scheiße alle sind recht von dir also ok schade 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 5 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 6 7 7 7 11 11 11 11 11 12 12 12 11 12 12 Monate 11 sprengen, hat wohl Tiberius. Ich mein, wir haben immerhin mit dieser Brücke jede Menge Rage gestiftet. Ja, ihr wisst, dass ich die Brücke unter anderem gebaut hab. Und du weißt, dass wir sie in die Luft gejagt haben, besser gesagt, angezündet haben. Aus Versehen. Könnt ihr, oder Tiberius, kannst du die Slabs, oder kannst du irgendwie das Holz hier drumherum halt, mit Tertir? Er kann alles mit WorldEdit. Ich hab ein paar Zeugen noch eingesetzt. Damit WorldEdit Arbeit hat Gott. Aber jetzt jage ich erstmal meinen alten Wackleute. Ey, Leute, bevor das sprengt, Leute, bevor das sprengt. Sagen, die Arche 2.3 ist offiziell fertig. Leute, alle mal kurz die Klappe halten, bevor ihr das sprengt, weil wir erst noch hier Chants und so Gebäude zeigen und so. Stimmt, sollten wir noch machen. Wär nicht schlecht, ne? Wär so ne Idee. Also mein Gebäude ist bis heute hässlich geblieben. Ich find's echt recht geil gebaut, so. Gucken wir uns mal an. Das ganze Gebäudekomplex hier sieht so nach Feriendorf aus, so ein bisschen. Ja, na. Ey, können wir diese Insel mit WorldEdit vorher rausschneiden, bitte? Nee. Warum? Und die vielleicht, äh, kopieren? Es gibt den Sicherungs vom Server, ne? Ja. Da hätt ich die gerne. Ja, ich auch. Ja, will die nicht. Ist jetzt meine Insel echt kaputt halt, oder? Das war jetzt cool und dein Heuschen? Ich find das richtig geil geworden. Ich find, wir können einfach diesen, diesen Komplex hier, den wir gebaut haben, mit allem drum und dran, mit den ganzen Häuser, können wir einfach in unserer Pokémon-Welt einbauen. Oder? All the häusens. Dararapapapapapapap. Und hier ist dann der, und hier ist dann der Arena-Land. Oben auf dem Lügen. Oder wie findet ihr das? Findet ihr nicht? Oh mein Gott, so. Sieht ganz gut aus, doch. Blacky. Ich hab' gesagt, vielleicht zum dritten Mal jetzt. Achso. Sorry, ich hab's nicht verstanden. Ich hab' nichts gehört davon, ne? Meine Wolfsarmee. Ja klar, ihr habt ja auch alle dazwischen gequatscht. Nein. Und da haben wir ein Haus. Schwol! Kalle. Halt's Maul. Kalle sein Haus. Ich guck mir grad die Häuser an, ihr redet dauernd dazwischen. Ganz genau wirst du wohl doch nicht hingucken, ich meine, sonst müsste dir ja auffallen, was hier passiert, aber okay. Das ist doch wohl Fische. Es wundert mich, dass das überhaupt noch keinem aufgefallen ist. Die Fische fallen mir sehr stark auf, könntest du mir bitte folgen? Ich dir, okay. Ja, du mir, ich schweb da neben dir, komm mit. Weeeeeee. Wir jagen jetzt mal einen Puff in die Luft. Was, warte noch nicht? Okay, dann schalte ich die Aufnahme wieder ein. Noch nicht. Yeeeey. Okay, ich bin da. Aber ich brauch erst noch ein paar Pufferfische, warte mal. Pufferfische? Ja, Pufferfische. Flippert, was glaubst du, warum ich die die ganze Zeit verteile? Also, Felix, altes Haus ist dran. Weeeee. Hehehe. Ich bitte euch, euch alle hinter diese Kanone zu stellen. Kann nicht jemand teleportieren zu Felix Alpenhaus? All the Pufferfisches. Kommt von alle hier zu mir, zu mir, hinter die Kanone. All the Pufferfisches. Yes. Jeder greift sich jetzt Popcorn. Felix? Ja? Guck mal nach oben. Ich hab meine Pufferfische gegriffen. Nach oben. Ach fuck. Woher müssen wir jetzt? Also, alle Haus angucken. Welches? Ich zuerst Pufferfische. Welches Haus? Felix, altes Haus. Teleportier dich zu mir. Also, erklär unseren Zuschauern nochmal, warum dieses Haus voller Pufferfische sein muss, bevor es in die Luft gesprengt wird. Das war mal ein Puff. Zumindest war es angedacht. Bevor es abgefackelt wurde. Keinste Geiger. Bevor es abgefackelt wurde, sich irgendetwas unbekannten Vollidioten. Mich. Womit der größte Troll dieser Season begonnen hat. Ja, so ziemlich. Da fehlen auch die Wölfe, die heißen. So, da dürften genug Wölfe sein. Wölfe! Alle zu mir. Ein Stack und 40, ne? Weg von dem Haus. Bereit? Jo. Feuer! Nope. Das hat wohl nichts zu tun. Das hat nicht so ganz funktioniert. Hey Felix. Ja. Nee. Nein! Nicht! Ah! Wieiii! Hä? Wie macht man? Hä? Warte, fuck. Das ist das unglaubliche Puff der Unendlichkeit. Es wird nie in die Luft gehen. Niemals! Nicht in 3000 Jahren! Niemals! 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 Also ich würde sagen, wir fliegen zu China und bomben da alles in die Luft. Ja, aber erstmal würde ich sagen, wir müssen erstmal alles irgendwie austauschen mit TNT. So, wer will die Brücke? Oder einfach einen großen Klotz wieder hinmachen, der dauert die Jahre drauf. Wer will die Brücke sprengen? Die Brücke! Ich. Ich will die Brücke sprengen. Jetzt ist es mit der Kanone sprengen. Warte, 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 warte. Ja, ich würde es mit der Kanone sprengen. Okay. Kann, kann ich es selber machen, oder? Ja, warte. Ich baue die Kanone, dann musst du nur noch auslösen. Ich gucke mir die Brücke an. Nein! Doch. Hier steht im Weg, meine ich. Doch, doch. Warte auf, Blacky! Ah, nicht die Kanone anzünden! Kann ich? Nein, noch nicht, warte. Ihr habt so viel Schiss dabei, das ist eine komplett kontrollierte Anzündung. Ja. Mach mal jemand Toggle-Dom für uns. Ja, funktioniert sogar wenn es regnet. Da fehlt noch was! Ja, jetzt kannst du sie abfeuern. Wolfsarmee! Ich kann nicht. Du hast keine Ahnung, wie zu feiern diesen Classic. Okay. Ja, du hast gefeiert. Genau. Ahaha! Meineísimo, guck dir die Schweine an! Ich sag dir noch muss mit den Tio. Ah, der hat schön entpoggt. Meiner Wolfsarmee! WIE! lili lili lidi lili driving. Gratul, lili lili lili. So, die Insel wird jetzt leiden. Hat jemand hadroggle-down voll gemacht? Ja, bei mir schieft Le standing cosas problematily. 할 toe mit dem Keller aus. Keller? Wo? Hu, da liegen immer noch ein paar von den Fischen rum. Ich frage mich, wie viele von diesen Fischen am Schluss noch da sind, wenn alles in die Luft fliegt. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Diese Frage hat sich jetzt alle verstummen lassen, weil sie alle nicht wissen, was sie darauf antworten sollen. Was für eine Frage? Wie viele Fische am Schluss noch überleben von diesen Pumpefischen? Alle sind schon tot, also somit keiner. Tja, da isst du dich aber gewaltig. Guck mal, die drehen sich noch fein auf der Stelle, also sind sie noch am Leben. Selbst eine Spitzhacke dreht sich auf einer Stelle. Ja, eben, die lebt ja auch. Sogar Dreck dreht sich an der Stelle, alles lebt, ne? Mein Schwerf hat sogar einen Namen. Penis. Das dreht sich auch auf der Stelle. Nein, es heißt nicht Penis. Es heißt seinem Penis, richtig. Hey, Blacky, komm mal kurz zu mir bitte. Nein, Blacky, ihr werdet alles überstehen. Selbst TNT. Alex, 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 Alex. Bist du bei mir? Na geht doch. So, wenn ich jetzt unten das TNT zünde, was denkst du mit Plastiker? Nein! Keine Ahnung. Warte, wo bist du? Warte, wo bist du? Blacky, äh, äh, wo, wo seid ihr? Wo wollt ihr TNT anzunehmen? Bei der Pyramide. In der Pyramide. Oh, jemand hat's angezündet bereits. Lauft! Alter! Ey! Nice! Nego! Nego! Nego, guck mal, guck mal auf mich. Guck mal. Was hast du im Fall für'n Bogen gemacht? Ja, Flammenbogen. Das geht? Das geht. Hm. Wusstest du nicht, dass das geht? Nee. Tausch doch mal jegliches Holz und jegliche... Ja, mach mal wirklich. Holz durch den TTT. Jetzt möchten wir einfach alle Steine in diesem Bereich durch Holz austeilen, äh, verändern. Und dann einfach alles anzünden an vier verschiedenen Seiten. Bumm, 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 bumm. Am besten zwischendurch noch so ein bisschen Wolle. Das würde mich sehr stark an was anderes erinnern. Okay. An- ansonsten noch so ein bisschen Wolle. Na? Oh, mein Jacuzzi. Das war mein Vorschlag. Ein Jacuzzi-Schmusi. Hm. Hund! Stopp! Ich zünde seine Jacuzzi an. Ich zünde seine Jacuzzi an. Jeremy sein Haus. Verbrenne! Jeremy sein Haus ist noch am Leben. Stopp! Stimmt. Jerrys Haus. Also nicht, sein Garten. Hm? Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Kannst du das hier alles in Wolle umwandeln oder so? Wolle? Wolle brennt besser als Holz. Jan, zündest du? Sonst kann ich immer direkt den Weg anfangen. Das wäre dann... Boah, irgendwie so weit. Das nenne ich Landwirtschaft. Mein Haus, das bei denen ist weg. Das nenne ich Landwirtschaft. Und? Mir werden die IDs nicht angezeigt aus irgendeinem Drum. Stopp! Hm, weil das normal ist. Rafa, du lest das! Das ist langweilig. Ha, Kopf auf Fisch! Ich spiel Snake nur mit Hunden. Tiberius? Ja? Guck mal. Siehst du, das ist ein TNT-Block? Ja. Er floated. Das ist der heilige TNT-Block. Meine Hunde werden dieses Land neu bevölkern! Mah! Fotze! Du besser! Was meint du, du scheiß Mixer? Ich bin der Rächer des Cobbles! Ich bin der Stecher des Cobbles! Also, können wir weiter? Ich bin der Stecher des Cobbles. Wie sieht denn die Karte so aus? Nee. Einfach nee. Da steht doch noch was, oder? Ja, klar. Wenn schon richtig. Das steht noch ganz viel. Ah, Blacky wurde weggesprengt! Wenn schon, dann richtig, ne? Die Wölfe werden überleben! Nein! Die Wölfe werden überleben! Nein! Aus irgendeinem Grund lässt sich der Baum hier nicht anzünden. Kann das sein, dass das der totale Spawn ist? Nee. Nein, das ist nicht der totale Spawn. Der totale Spawn ist die Annahme bei unserem Ehemannhaus. Nein! Die Wölfe werden überleben! Naja, bestimmt. Es fällt aber sofort auf, wenn ich ihn anzünde, zu brennen. Gell? Das hat nichts mit Weiterbrennen zu tun. Okay. Das ist natürlich komisch. Ja, und Tiberius, wenn jetzt diese Nachrichten stören, macht doch nen Chat aus. Boom. Okay, können wir weiter? Dieser Baum! Ja, wir können weiter eigentlich, oder? Dieser Baum ist göttlich! Lass ihn! Lass den Baum nicht göttlich! Und der Kühe! Auf dasetige. NEIN! Boom! Wehh! Okay, ab zu- Okay, wohin? Zu Felix. Zu به Stylemeyer und Drago. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Oh! Schneller! Schleaders Queen & octave. Buchensohn! Schleaber! Scheller! Schleaber! Buchensohn! Schleaber! voraus ich glaube nicht mehr mir geht nicht schade die große an sich ganz kurz geschafft anzubrennen die wir das jetzt gerade ganz kurz geschafft ich anzubrennen ich mag die wir es werden er sagt gleich anzuzünden sind so an so gute jungen anzunehmen und das sind jugendliche alter gestärkt wollte ich muss schon mal leiser machen ja schon irgendwie was meinst du warum ich ihn gemutet hatte die ganze zeit ja ich weiß warum so jetzt kommt der punkt der wird uns am meisten spaß machen zu sprengen das habt ihr schon mal versucht zu sprengen hat nicht geklappt nö ich hab nie versucht cobblestone einsetzen so leute jetzt gehen wir auch ganz sicherlich richtig ja ich bin hier so und somit wurde es entweiht mit hunden alter willst du mal aufhören als du zerstörst nachdem wir es gefilmt haben du affe hä machst du schon was kaputt oder wie nein das braucht die Hunde hör auf dem scheiß alex ach du schwul alex lern es endlich du bist einfach nur schwul hör auf mit dem scheiß die wer ist Pufferfische oder irgendwas anderes mach was du willst ja nicht hier alter mach das nachdem wir alles gefilmt haben nico ich guck es mir gerade an aber ich hab was dan plays tnt alex du kleines homo kind hoff im scheiß leute bevor wir das in die luft sprengen würde ich sagen spielen wir mal eben findet nemo alter wer fängt dich an zu sprengen im wasser ich nicht ich sprenge mal im wasser ich machs nur ins wasser so habt ihr nemo schon gefunden also ich hab's im bild jan haben wir es da alles aufgenommen ich hab's im bild ja also oder ihr habt noch was zu zeigen ich bin jetzt einmal kurz rüber geflogen ja nico nico komm mal kurz mit mach mal jetzt gleich also wer hat nemo schon gefunden jo ich brauch mal Tiberius brauch gleich deine Hilfe ich will unseren cobblestone steinbruch in TT umwandeln oh oh ok ja hunde müssen lieber bevölkern nico ja alter wo besorgt man die besten cobblestone I'm proud of them what the f**k Tiberius das ist ne Hexe mach mal von wieso zum Teufel habt ihr das gemacht hier bis nach dort drüben kannst du da alles was da drumherum ist mit TNT machen nico mhm oh ich will das auch das war ne sehr große explosion die ich grad gehört hab wo ich am meisten Zeit verbracht hab warum darf ich das nicht Tiberius ich will das auch dürfen weil du nicht die rechte dafür besitzt und das ist auch gut so schwul also spreng dir die Burg und danach den die das Teil von von Dula find that Nevo Jan hör auf damit warum also ich guck's mir aus der Entfernung an ok ne ne Jan noch nicht noch nicht noch nicht Jan noch nicht Jan ok ich hab's ja gehört ist ja gut Mensch Jan wann denn dann ala koppelst du mit ausgetauscht durch Stein übel dich in Geduld äh ala koppelst du mit ausgetauscht durch TNT brauchst du die 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 Nummer äh koppelst du mit 0 0 0 4 gleich wenn du 4 eingibst no shit mhm noch nix ja es könnte ein wenig laggen hab ich's gefickte ja das kann jetzt nicht ach ne wie war das nochmal F3 und A ne ja ja warte wo wo macht ihr das gerade macht ihr das jetzt ja der Burg draußen oder drinnen ja die komplette Burg draußen wird ungewandelt ok geiler pfff wer der dumm ist tut Zitat Borussia und ersetzt wird jetzt alter warte warte ich will Screenshot machen ich will Screenshot wiiiiiii ja wir haben Redstone Burger dran no shit das ist natürlich schnell gegangen wunderschön das war alles geplant das war alles geplant das kommt es mir vor es leckt ein wenig Moment Chunks müssen nachladen ah F3 A meine TNT Spur ist nicht bis zum Schluss explodiert ne ich hab sie nämlich gecuttet aaaah so Tiberius mal kurz mal Tiberius ja obwohl doch lass einfach mal zünden und aber komplett die kompletten Hohlraum und ausfüllen mit TNT warum ist denn leck da sind wir Lecky danach zu deinem Haus ne den Hohlraum ausfüllen ha danach zu deinem Tiberius den Hohlraum nicht die Mitte auch die kompletten unteren Gänge alle mein Haus wird am Schluss als einziges noch stehen okay danach zu deinem Haus Alter was habt ihr hier bitte gemacht äh das hab ich ein bisschen Koppelstern ausgehoben für oben was denkst du wofür der das Zeug da oben oder wie ja egal John das war das wo ich die meiste Zeit verbracht hab Alter lol Hohlraum der kostet der Hohlraum hier wird ausgefüllt Hohlraumaussetzung ja das das ist geil okay wow Luft hat die ID Null Alter ist das bereits die Version wo die Luft vorhanden ist interessant aber jetzt nicht machen ne Alex Leute nichts anzentren ich mach nix im Vergleich zu dir wie denn zu mir halt's Maul im Vergleich zu dir du Idiot meine Güte hätte ich was deutsch eine Ecke ist noch wer von uns beiden hat einen Sonderschulabschluss hä? äh du 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 ihr beide wer von uns beiden schreibt Wal ohne A äh ohne H ohne H Wal schreibt man ohne H es ist ein Fisch oder besser gesagt ein Säugetier nein nicht den Wal sondern die Wal du hast die Wahl du hast die Wahl Fisch du hast die Wahl Fisch du hast die Wahl Fisch Leben oder sterben sterbt Hundis hör auf Jan hör auf damit bitte ich möchte diesen ultimativen Lack miterleben deswegen wird's ganz einfach das wird schlimm äh Feuer weg Feuer weg jetzt wird's nämlich ersetzt äh Alex würde da rauskommen ja ich würde da jetzt rauskommen Hundis so und jetzt den kompletten mittleren Hohlraum das ist einfach was ich mach ich sporen Hundis jetzt mach mal jetzt mach mal von da unten nach hier oben ja klar das ist geplant dann geht mal lieber aus der Luft raus verpisst doch nicht aus dem Ding und zwar sofort verpisst euch aus der Luft aber nicht nur aus der Luft mach mal bis nach ganz oben mach mal bis nach ganz oben also ich guck's mir von hier an wo Julian steht weißt du warte ich schau's mir von draußen an glaub ich besser jetzt könnt weniger loggen ja ist gleich krüger Julian ich komm zu dir lol ich bin drinnen noch shit ich tp mich kurz teleportier dich zu mir jo grabt euch das fucking dobert das mit meiner Wolfs-Armee nee ich hab den Zünder nur so als Info ich sollte den Shader ausmachen also Leute es könnte sein dass der Server gleich ein bisschen abstürzt das kann nicht nur ein bisschen sein jetzt kann man ich würde da rauskommen Alter ich will nochmal gucken ja gut warte noch nicht zünden ich will auch nochmal schauen kommen ja das ist halt einfach alles durch den TLS man sieht halt einfach gar nichts mehr ja das heißt du kannst von hier noch gucken wer will den Powerbogen haben damit der damit der Johann ihr kann ich's haben ich hab's gegraben oder gib's ihm ja gib's ihm funktioniert auch gib's ihm hardcore wo stellen wir uns hin wo stellen wir uns hin wo stellen wir uns hin stellen wir uns hier hin warte kurz mal ich will ein Ding nach oben haben ich würde mich nach draußen bewegen außerhalb des Leute gehen wir kurz raus ja oh ich dachte das wär schon ich dachte das wär schon wieder Alex Alex würde schon wieder scheiß machen nein ich bin's äh das kann ich Leute wenn die da unten stehen kann ich's nicht zünden ist euch klar ok warte ich werfe ein paar Schadenstränke runter pass ich kill sie schon alle wo ist Schaden ach was ich wieder Hundis nein lass ich kann die sonst ich kann das Ding sonst nicht anzünden Jan hör äh Alex hör auf damit wir sterben auch eh aus der Höhe an Fallschaden Leute fliegt mal alle raus bitte alle raus ok ausm Server raus nicht so raus Nico weg da ich muss da unten schießen ah ok Hundis du stehst direkt in mir ne Zündung in 3 2 1 ui raus da raus 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 es rukelt es rukelt und das lag schon wieder wie scheiße Hahahaha go 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 ja schon fertig alter es lag wie scheiße gerade bei mir läufts flüssig oder es hat einfach unbezuladen bei mir läufts immer flüssig nice alter einfach nice kann mich mal einer zu euch teleportieren warte das geiles man sieht einfach noch nix ein ganz weiter ich steh drinne also bei mir läufts auch flüssig aber Siderius chillt da vorne irgendwie ein bisschen also ich steh drinne also Leute ich hab dann komplett Chunks neu laden lassen man sieht noch nichts, und mir läuft viel flüssig. Alter! Das ist schon volles dicke Loch! Ui, ich bin grad mitten in die Explosion gefallen, das war nice. Alter! Alter! Ich bin unter der Harnung! Oh, schwer, awesome. Janono, bam! Alter, euer Ernst! Wer hat mich grade aus dem Game heute gemacht? Sorry. Kann mich mal jemand TP'n, bitte? Hab ich grade, hab ich grade. Es explodiert einfach immer noch. Hab ich grade, Jan. TP'n mich mal bitte. Hab ich schon. Ja, weil's ruckelt wie Sau. Lall. Hm, hier ist ne Menge aus Ideen. Wir haben alles explodiert. Ja, das ist ne Menge aus Ideen. Fangen wir mal in so Stößen. Alter! So war das Feuerwerk ja vorher schon. Sehr stylisch. Ich wollte Garstensplatz hier, das geht nicht. Da sind sie zumindest tot. Die sind draufgegangen. Bei mir noch nicht, bei mir leben noch drei. Jetzt sind alle tot. Und das waren die Minen von Moria. Das waren die Minen von Moria. Guck mal da unten, da brennt was. Nach der Admin-Peitsche. Das waren die Minen, das waren die Minen nach der Admin-Peitsche. Mhm. Das ist cool, dass du nicht blind bist. Alter. Wie lange explodiert das bitte? Lange Druck. Hey, die Berrios! Erstmal die Hunde runterlassen und dann das, was hier noch so rumsteht. Weißt du wo Blackys Haus ist? Da. Führ mich bitte hin. Nein, guck auf die Karte, Bitch. Sehr stylisch. Sehr stylisch. Hat's aufhört? Danke. Jep. Jetzt ist es zu Ende. Oh, okay. Wow, ihr müsst halt mal irgendwas reinbauen. Ganz ehrlich. Einmal nach, es liegt grad bei mir. Können gern Pokémon hier drin spielen. Ähm. Alter. Das hier müsste die Erd-Arena sein oder sowas. Ja. Mega. So, ich baue jetzt noch den Weg in diesen, weil das ist noch übrig vom Schloss. Juntes Fleisch. Juntes Fleisch, Leute. Juntes Fleisch. In diesen unteren Bereich hinein, den ich die ganze Zeit da drin haben wollte. Oh, darum ist ein TNT nicht explodiert. Hey, Felix. Komm mal kurz zu mir. Jawoll. Das hab ich auch schon gesehen. Tiberius. Hm? Unsere Kisten stehen oben noch alle. Ich dünste in meinem Wagen. Na klar. Unsere Kisten stehen noch. Ja? Mein Kistensystem ist für die Ewigkeit gebaut. Was? Für die Ewigkeit. Was für Kisten? Ah, fuck Ewigkeit. Was für Kisten meinst du? Stirb Ewigkeit. Ja. Für die Ewigkeit. Genau wie ich's gesagt hab. Ich geb dir Ewigkeit. Eine Ewigkeit später. Eine Ewigkeit später. Ja. Ich will keinen Staff in meinem Inventor haben. Ja. Es steht immer noch. Ups. Ich will keinen Staff in meinem Inventor haben. Und es wird immer weiter stehen. Tiberius. Das sieht echt krass. Das sieht echt krass aus. Was? Ist Gluckys Haus weiter in eure Richtung oder woanders? Sag ich dir nicht, guck in die fucking Karte rein. Ich schau ja in die Karte, das Problem. Na, weil du zu blöd bist für Karten. Weil du Mutter ist zu blöd. Ich weiß, wie wärst du blöd gekommen? Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Schick dich. Was war? Was war? Was war? Was war? Was war? Er füllt da hinten den Gang mit TNT. Ich block hinter ihm den Gang mit TNT und Zins an. Stylisch. Also ich weiß, wie wir zu Blacky kommen. No shits. Ja, ich töte ihn, bevor die mich zu ihm. Also funktioniert das nicht so ganz. Richtig. Denn das letzte Mal, als ich gestorben bin, hab ich mein Bett abgegeben. Das heißt, ich würde in der Pampa landen. Niko. Lalalalalalalalalala. Ich wichse ins Gesicht. Ich schätze ja mal, dass ich irgendwie richtig fliege. Hey John. I killst mich voll an. Ich wichse recht hart ins Gesicht, Alter. Also, wo lang? Hey Tiberus, was sagst du? Den Hohlraum durch TNT ersetzen? Blacky, wo lang? Weißt du was für ein Hohlraum? Wie? Was? Habe ich doch gesagt. Mein Haus wird nicht abgerissen. Das ist das Einsiedlerhaus der Geheimnisse. Felix, wo lang? Uh, den Hohlraum. Hier. Wir fliegen jetzt einfach mal in Richtung, wo es zu vererkundet war. Blacky. Huh? Schwul. Hey Felix, dreh dich mal kurz um. Du bist schwul. Tiberius, flieg ich in die richtige Richtung. Keine Ahnung, wo du bist. Weiß nicht mal, wo du fliegst. Nein. Schau auf die Karte. Nein. Neko. Hast du auch schon nach Sicht bekommen? Ja. Bis in die letzte Sekunde hat keiner herausgefunden, wo mein Haus ist. Ja. Weil du auch irgendwo warst. Wirklich schön. Tiberius, wie du lügst mich an. Du fliegst aufs Maul. Ich bin gar nicht mal so weit weg, um ehrlich zu sein. Wo bist du? Lächerlich. Schau auf die Map, du Arsch. Aha. Er hat gelernt. Jo. Ich schau auf die Map. Wo zum Geier. Ich stehe dir hier vor, weil ich in eine Richtung bin. Wow. Äh. Hi. Da wo ich und Neko sind. Hm. Da ist so eine schöne Abzweigung. Ey, unsere Map sieht ein bisschen aus wie ein Hase. Was hast du gekannt? Ah. Oder? Oder? Eine Ente. Ich glaub Blacklaser. Aber eine ganz ekelhafte Ente. Ich glaub alles hat. Eine Ente. Also Jungs, ich zeig euch wo ich wohne, aber nur unter einer Bedingung. Wir sprengen meinen Teil nicht in die Luft. Wir überschütten alles mit Wasser. Wie langweilig. Wie langweilig. Mit Lava-Wändern. Okay. Mein Zeug ist die untergegangene Stadt, okay? Das Atlantis ist es. Hast du zwei Steine unter Wasser gesetzt? Bloß noch nicht untergegangen. Krieg ich meinen Bogen wieder, Julia? Nö. Mach mal was. Also folget mir. Bitte. Julian, bitte. Komm, komm. Da hinten fliegst du. Ich will es runterwerfen, aber du kriegst wahrscheinlich auch ohne. Nein, 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 nein. Ähm, die werden es zu. Fliegst du zu mir? Hm? Auf dem Weg nach Atlantica City. Bitte portet mich gleich mal. Ich hab die Trastion getroffen. Black Laser, wo fliegst du eigentlich hin? Ich flieg den Weg, den ich kenne. Ach so, ja. Sehr unglaubliche Stadt. Ihr fliegt einen Haken. Ihr fliegt einen fetten Haken. Einfach einen riesigen Umweg. Genau. Ich bin direkt hingeflogen. Ja, ist schön für dich. Nego, TP mich mal bitte. Ich bin bei Felix. Ito. Ja. Äh, ich brauche nicht porten. Ich bin knapp hinter euch. Nego. Gleich, gleich. Ich bin auch nicht da. Das war lustig. Wenn ich Tiberius direkt anschaue, sehe ich ihn nicht. Wenn ich an ihn vorbeischau, sehe ich ihn. Aha. Du warst mit der Renderdistance falsch. Danke. Und? Lall. Wo sind wir denn hier? Im Tote-Schafe-Dorf. Schafe, die Nachtsicht haben. Tote Schafe. Bei mir gibt es eigentlich nur die lebendigen Schafe. Jetzt nicht mehr. Die minderwertigen. Nein, ein Schaf ist draufgegangen. Drei Schafe. Drei Schafe. Vier. Fünf. Sechs. Ne. Acht. Neun. Oh, zwanzig. Du hattest nie Schafe. Es waren Kühe. Und die wurden zerfleischt von Wölfen. Und? Der da. Oh, Julian. Julian. Erinnerst du dich noch an unsere, äh, in der Season 1 noch? Leute! Wasser-Action! Wasser Marsch! Wasser Marsch! Wo sind die Atombomben? Tiberius. Tiberius. Es ist kein Atombomben-Mod draufgepackt. Äh, weil dann ein Mod reingehört. Dieses Spiel hier ist komplett ungemoddet. Es hat Plugins drauf. Auch einer der Gründe, warum wir jetzt aufhören. Die Season aufzunehmen. Hm. Season 1. Das war bitte in Season 1 noch mal. Das war mit BBG noch. Das war mit BBG noch. Season 1 war mit... Oh mein Gott! Jan, wieso haben du da TNT kap... Was zum Fick? Wie viel ist denn da kaputt gegangen? Nichts! Hä? Lol! Mein Haus ist das beste Haus. Das ist ein... Das ist einfach ein Ding, wovon kaputt gegangen. Felix, machst du's? Hä? Was? Ich hab dir geschrieben gerade. Ähm, du hast mir geschrieben? Auf die Kanone zu zerstören. Sehr stylisch. Ach, was soll's. Ich wusste, dass man alles für die Ewigkeit ist. Das Problem ist aber, das wird zu viel. Das geht schon. Was ist viel? Äh, nicht. Ach, komm schon. Wir haben gesagt, ich führe euch hin unter der Bedingung, dass ihr nichts in die Luft jagt. Ja und... Wir haben alles andere aufgestellt. Sagt keine Bitches. Ich jag nichts in die Luft. Ich hab' ich leider. Laser. Aha! In der Geschichte gab's so viele Verräter. Kommt's vor allem mir auch nicht an. Ja, vor allem mich. Oder fünf. Replace 046. Ich mache hier allerdings nicht, wenn hier irgendwo Feuer oder Explosionen sind, gell? Nur so als Info. So, jetzt. War das hier ein Schankfehler? Alter! Das war auch geil. Hupsala! Oh nein! Ich habe aus Versehen einen Feuerfall dorthin geworfen! Hups! Hupsala! Das tut mir aber leid! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Weg da! Das wird trocken wie Arsch! Weeeeee! Ich bin noch drin hier. Sabotiert sogar die Aufnahme. What the fuck? Alter! Ich bewege mich mal ganz weit weg. Niemand hat Sonne! Selbst du nicht! Julia! Äh, Blackies! Tut mir leid! Ich habe aus Versehen einen Feuerfall geschossen! Ich bin aus Versehen auf meine rechte Maustaste gekommen! Ey! Oh! Entschuldigung! Ich bin unabsichtlich auf meine rechte Maustaste mit der Redstone-Fackel gekommen! So muss das sagen, Jan! Dann ist es unabsichtlich! Und plötzlich Feuerpfeil im Knie! Hahaha! Fire arrow in the knee! Wer wurde jetzt gekickt? Äh, niemand! Hm, Alex wurde gekickt! Japp! Ja! Weg ist er! Von Blackie wahrscheinlich! Äh, er braucht noch Torque Power! So! Wieso bin ich da rausgekommen? Oh, ich muss pissen! Offensichtlich warst du zu dumm, um TS zu bedienen! Hahaha! Nego, tippe mich mal bitte zu dir! Wunderschön! Jetzt sieht das Teil irgendwie cooler aus! Weiß auch nicht wieso! Hat was! Hat was! Hat was! Ah Nego, hi! Erinnert mich an... Du steilest früher an mir! Erinnert ein wenig an Zerklüftet! Das Lustige ist ja, dass es immer noch nicht kaputt ist! Mit anderen Worten, es wird auch nicht kaputt gehen, weil es explodiert ja immer noch! Bis in Ewigkeit hinein! Ich muss pissen! Es ist kaputt, Blackie! Blackie, es ist kaputt! Nein, nein! Ihr seht es nicht! Es explodiert immer noch! Es ist kaputt! Es ist immer noch da! Es ist kaputt! Es ist immer noch da! Das coolste ist ja, weil das ganze Wasser oben drüber läuft! Manche Explosionen sind drunter, manche sind darüber! Sieht sehr stylisch aus! Das ist aber nur ein riesiges Spaßbad, kann das sein! Du müsstest dir vorstellen, dass explodiert! Explodiert! Pause! Explodiert! Pause! Alter! Mir kam gerade ein Skelett entgegen, geflogen! Das hat Kai gesagt und ist wieder weg gewesen! Das hört nicht auf! Das wird auch nicht aufhören, weil ich es nämlich immer weiter mit TNT befülle! Hey! Die Zeit, in der ich Magma Slimes freue! Äh, ein Feuerfall in der Luft! Äh, ein Feuerfall in der Luft! Suddenly Magma Slimes! Leute! Wunderschön! Also ich finde, der Server hätte das ohne Probleme aushalten müssen und korrekt abspielen müssen! Haben wir noch! Warte! Ich habe kein Problem damit! Oh, da fallen Magma Slimes runter! Eigentlich auch nicht! Geht's weiter? Oder war's das? Das war's glaube ich! Oh, schade! War's das auch mit der Season? Nee, das war's nicht! Oh! War's das auch mit der Season? Ja! War's das auch mit Blackies aus? Wir fangen jetzt neu an! Wir spielen auf dieser Map jetzt weiter! Okay! Ich will diesen, ich will dieses geile Tal und diese fette Insel hier oben in der Luft! Nö, es ist weiterhin mein Bereich! Ich lege jetzt unter Wasser! Ja, nö, und da geht's jetzt wieder zurück in seinen Bereich! Wir scheißegal! Tiberius, wir haben glaube ich eine recht große Höhe zu bewirtschaften! Ja, eine richtig große! Alter, what the fuck! Da haben wir was zu tun mit dem Ding! Krass! Wenn du ein bisschen weiter runter gehst bei mir in dieses Wasser, dann sieht es so aus, als ob da Wassersäulen im Wasser wären! In Wirklichkeit sind das aber Luftsäulen! Sehr stylisch! Da ist ein Berg in der Luft! Ich weiß, ich versuche jetzt eigentlich das zu sprengen, aber ich habe das Loch verloren! Kennst du, ne? Ist mir noch nie passiert! Hohohoho! Ja, wenn du es gesehen hast! Na! Jungen Arf! Das hat was! Ups! Den Berg von ganz weit weg anzuschauen, sieht echt krass aus! Wie jetzt, wenn da so ein Wasserschloss stehen würde! Mhm! Schöne Landschaft! Schöne Landschaft! Dankeschön! Aber ich glaube, dass Atlantis jetzt wirklich untergegangen ist! Aber nicht an Wasser, sondern an TNT! Selbes Denk! Hauptsache Atlantis! Grainers! Ah! So, Leute! Das war Minecraft Season 2! Und ja, ich hoffe mal, dass die Season 3 dann auch schön wird! Und lustig wird! Und auch ein schöner Abgang gehabt wird! Hey, warte, warte, warte! Bis dann! Tschüss! Tschüss! Bitches! Tschüss! 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 Tschüss!